Subi, hi und hallo Leute! Heute mal mit einem anderen Headset, Uno Momento. Rausch, raus, raus, raus. So, sorry. Ich brauche Hilfe bei euch, von euch, mit euch. Und gegen meinen Kuppel, Name wollte er nicht erwähnt haben, es wird einen Link in der Beschreibung drauf geben. Falls ihr Facebook habt, bitte liken. Sobald ich mir Black Ops 2 hole, wird es eine Überraschung geben, eine sehr große Überraschung. Einmal wird ein Black Ops 2 LP geben und ja, er muss was machen, wenn er die Wette verliert. So, also hoffe ich von euch 20 Leuten, ich glaube mittlerweile fehlen nur noch 10 Leute, dass ihr bitte liked. So, eine Frage, was ist das? Das ist eine liebe, liebe Anstellung von Steam, die mir, die eigentlich allen zur Verfügung steht. Und die, und darauf bin ich gestoßen, als ich heute an Silvester, ich gehe auch gleich mal richtig feiern. Als der liebe Red Pepper heute mal mir diesen Link geschickt hat zum Liken und ich habe erst mal so gedacht, okay. Jo, also ich hoffe ihr unterstützt mich dabei und bis denne, euer Dead Zombie ist mal wieder mit einem toxischen Husten raus. Bis denne.